Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Es gibt einen besonderen Anlass, heute mit der Theologin, Philosophin und Bestseller-Autorin Melanie Wolffers zu reden. Ihr neues Buch ist erschienen und es trägt den Titel Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Grund für uns, über diese Kraft zu reden und über Zuversicht und mein Hallo geht nach Wien zu Melanie. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Das Buch habe ich erwähnt. Es geht um Zuversicht. Ist es ein Zufall, dass du in diesen Zeiten gerade für dich dieses Thema entdeckt hast? Nein, das ist sicher kein Zufall, sondern es hat ganz konkret mit meiner Arbeit und mit unserer Situation zu tun. Also zum einen bin ich in der Beratung tätig seit 20 Jahren, wo immer wieder Menschen auch kommen, denen der Boden unter den Füßen wackelt. Und gerade so in den letzten anderthalb Jahren habe ich den Eindruck, dass also in den anderthalb Jahren der Corona-Pandemie, dass die Not einfach nochmal stark zugenommen hat und häufig wirklich Sorgen und Ängste den Lebensmut von Menschen ersticken. Das ist so einer der Hintergründe, warum ich mich dem Thema zugewendet habe. Ein zweiter, wenn ich auf unsere gesellschaftlichen Herausforderungen schaue, die Meere werden zugemüllt, das Klima kollabiert, Populisten kommen an die Regierung, da stehen wir vor gewaltigen, großen Herausforderungen und Problemen. Und es ist so wichtig, dass wir heute wirklich uns auch an die Lösung dieser Probleme ranmachen. Und da nehme ich wahr, dass viele nicht, eigentlich sich und uns als Gesellschaft nicht zutrauen, dass wir diese Probleme irgendwie bewältigen können und dass ihr eigener Beitrag nicht zählt. Und ich glaube, da braucht es eben auch so ganz wesentlich diese Kraft der Zuversicht. Und letzter Punkt, warum es zu diesem Buch gekommen ist, auch ich selbst kenne natürlich Zeiten, wo Resignation oder das Gefühl von Ohnmacht mich packen. Und vor diesen drei Hintergründen der persönlichen Beratung, den gesellschaftlichen Herausforderungen und auch meiner eigenen Geschichte habe ich mich mit dem Thema Zuversicht beschäftigt, weil ich glaube, dass sie so diese innere Kraft ist, ein seelisches Potenzial, um Krisen zu bewältigen. Und deswegen brauchen wir sie. Ich glaube, die gesellschaftliche Brille ist wichtig, aber wir sollten uns in unserem Gespräch mal auf die individuellen Krisen beschränken und gucken, wie sieht es da aus mit der Zuversicht. Ist denn Zuversicht aus deiner Sicht das Gleiche wie Hoffnung? Ja, ich verwende Zuversicht und Hoffnung gleichbedeutend und grenze diese Haltung, die mit einem positiven Blick in die Zukunft schaut und dem Morgen einen besseren Morgen zutraut, ab vom Optimismus. Aber Hoffnung und Zuversicht, also von einem naiven Optimismus. Hoffnung und Zuversicht verwende ich gleichbedeutend. Der Untertitel des Buches lautet ja die Kraft, die an das Morgen glaubt. Das heißt, es gibt ein Morgen, wo es besser ist, wo das Leben womöglich leichter ist. Ist das Optimismus, wenn wir darüber reden, da gibt es ein Licht am Ende des Tunnels? Ist das Optimismus? Also, ja, je nachdem, wie man eben die einzelnen Begriffe definiert. Ich unterscheide zwischen einem, sagen wir mal, naiven oder blauäugigen Optimismus und der Zuversicht und Hoffnung. Also die Zuversicht richtet den Blick in das Morgen und hofft auf ein besseres Morgen, aber eben nicht blauäugig und blind, als ob es keine Probleme gäbe, sondern die Zuversicht sieht ganz nüchtern die Schwierigkeiten. Also da steckt jemand in der Krise und leugnet sie nicht mehr und sieht sie, aber lässt sich von den Problemen nicht lähmen, sondern entdeckt auch noch mal so, hat einen Spürsinn dafür, was es an positiven Möglichkeiten in der Zukunft geben kann. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte, die was verdeutlicht, so von dem Unterschied zwischen so einem blinden, naiven Optimismus und der Zuversicht. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber in einem der Podcast, aber ich möchte sie noch mal erzählen, weil ich sie einfach sehr sprechend finde. Es ist die Geschichte von drei Fröschen, die auf Wanderschaft gehen und in einen Sahnetopf fallen und der Rand des Sahnetopfes ist so hoch, dass sie da nicht mehr rauskommen. Und der pessimistische Frosch sieht den Rand und sagt, oh, hier ist nichts zu machen, hört auf zu paddeln, sinkt zu Boden und ertrinkt. Der optimistische Frosch sagt, ach, das wird schon wieder werden, ist immer schon geworden, da kommt bestimmt jemand und rettet uns und planscht so ein bisschen durch die Sahne, schlabbert an ihr und hört auf zu planschen und so mit den Füßen sich zu bewegen, sinkt zu Boden und ertrinkt. Der dritte Frosch, das ist der zuversichtliche Frosch, der sagt, oh, wir haben ein echtes Problem. Hier aus dieser Misssituation rauszukommen ist schwierig, da müssen wir ordentlich strampeln. Und er strampelt und strampelt und strampelt. Und irgendwann ist die Sahne zu Butter geworden und er nimmt seine Kraft zusammen und springt aus dem Topf. Und ich glaube, das kennzeichnet sehr gut, was Zuversicht ist. Also wenn man in einen Sahnetopf gefallen ist oder einfach in einer Misssituation steckt und eben nicht einfach resigniert aufgibt und nicht einfach denkt, irgendwie wird es schon gut gehen, ich muss mich nicht anstrengen, sondern nee, ich muss mich jetzt echt abstrampeln. Und dann kann sich die Situation so verwandeln, dass man aus ihr herauskommt. Nehmen wir nochmal den dritten Frosch. Der hat ja was gemacht, was die anderen Frösche nicht gemacht haben. Er hat das Problem praktisch für sich erkannt und hat beschlossen, ich will was gegen das Problem tun. Dahinter steckt doch, dass der Frosch etwas wahrgenommen hat. Also er hat die Wahrnehmung zugelassen, was ist das Problem. Wenn wir über Zuversicht reden, Zuversicht ist ja etwas, was die Zukunft betrifft, aber gegenwärtig. Wie wichtig ist es, die Gegenwart so wahrzunehmen, dass ich noch Zuversicht habe? Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du ansprichst, Andreas. Die Frage danach, wie lässt sich Zuversicht stärken oder was ist wichtig, um hier und heute zuversichtlich zu leben, ist ganz eng verbunden mit der Frage, wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Und einerseits, hast du ja gerade schon gesagt, ein zuversichtlicher Mensch, der nimmt die Probleme wahr, wie sie sind, aber lässt sich von ihnen nicht lähmen, sondern entdeckt die Spielräume, die sich auftun und ergreift sie. Und das, denke ich, ist eine Frage wirklich auch von Aufmerksamkeitskultur oder Wahrnehmungskultur, so darauf zu achten, ist mein eigener Blick primär auf das Negative, das Defizitäre, das Problematische gerichtet? Oder entdecke ich eben auch das, was es an Möglichkeiten noch gibt? Und da sind wir Menschen, auch von der Evolution her bedingt, haben wir einen Fokus, der stark das Negative in den Blick nimmt. Die Forschung redet vom Negativitätsbias, von der negativen Verzerrung. Das heißt, wir nehmen tendenziell mit größerer Aufmerksamkeit das Dunkle und Bedrohliche wahr, als das Ermutigende. Also vor einiger Zeit ist ja eine Seilbahngondel abgestürzt, es wird über die eine Seilbahngondel berichtet, die abgestürzt ist, aber nicht über die 99, die funktionieren. Also wir richten den Blick auf das Negative und verlieren so den Blick auch für das Positive und das Ermutigende. Und auch da möchte ich gerne noch mal eine Geschichte erzählen, weil ich die in meiner Beratung... Aber lass mich kurz dazwischen. Ich meine, es ist ja nicht ganz einfach, das Positive zu sehen, wenn das Negative in der Welt beherrschend ist. Du hast das zu Beginn des Podcasts gesagt, wir haben Klima, wir haben Überschwemmungen, wir haben brennende Wälder, wir haben Corona. Wo soll ich das Positive denn hernehmen? Naja, aber das würde ich jetzt genau sagen, ist schon ein Ausdruck der Verzerrung, dass du sagst, das Negative ist das Beherrschende. Ich glaube, da erliegst du einem verzerrten Blick. Es gibt eben auch sehr, sehr, sehr viel Positives, aber erstens taucht das in den Nachrichten nicht so auf. Ich habe jetzt den Namen des Forschers vergessen. Es gibt einen Gesundheitsforscher aus Schweden, der ist in der Zwischenzeit gestorben. Der macht so Untersuchungen, wo er zehn Fragen den Leuten stellt und sagt, ja, also, ich glaube, in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren mussten 60 Prozent der Bevölkerung, der Weltbevölkerung mit drei Dollar pro Tag auskommen, sind es heute 17 Prozent, 25 Prozent oder 18 Prozent. Und da macht er immer zehn Fragen und die meisten beantworten die Fragen falsch, nämlich viel negativer, als es de facto ist. Also wir haben sicher aufgrund auch einer medialen Welt, wo sich Bad News besser verkaufen als gute Nachrichten, einen verzerrten Blick, aber eben auch aufgrund des persönlichen Fokus, der sich stärker auf das Negative und Gefährliche richtet, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das natürlich evolutionär einen Vorteil hatte. Also bevor ich den schönen Sonnenuntergang genossen habe, irgendwie in der Urzeit, war es hilfreich, wenn es im Gebüsch gerappelt hat oder sich bewegt hat, dass ich abgehauen bin, weil möglicherweise steckt da ja irgendwie ein Säbelzahntiger dahinter. Und deswegen erst mal der Fokus auf das Negative, bevor ich das Positive wahrnehme. Ich hatte dich vorhin unterbrochen. Ich glaube, du wolltest eine Geschichte erzählen. Ja. Gut. Ja, ich finde die so toll. Und auch die ist, glaube ich, schon mal irgendwo aufgetaucht. Aber ich erzähle sie nochmal, weil ich die meiner Beratung immer wieder auch verwende. Das ist die Geschichte von einem Psychologie-Professor, der mit seinen Studierenden so eine Überraschungsaufgabe macht und das Aufgabenblatt im Seminar den Leuten verteilt. Und darauf ist ein schwarzer Punkt zu sehen. Und er sagt so, und jetzt beschreiben Sie doch mal, was Sie auf diesem Blatt sehen. Sie haben zehn Minuten Zeit. Und die Studenten blicken überhaupt nicht, was das soll. Und dann fangen sie an zu schreiben. Nachher liest er die Geschichten der Leute vor oder die Beschreibungen der Leute vor. Und am Ende der Übung schmunzelte er und sagt, sehen Sie, Sie haben in aller Länge und Breite den schwarzen Punkt beschrieben. Wie er strukturiert ist, die Farbe, die Lage auf dem Blatt. Aber niemand hat über das weiße Blatt Papier geschrieben. Und ich glaube, das stimmt. Und ich mache manchmal auch diese Übung mit Menschen. Und auch die beschreiben in aller Länge und Breite den schwarzen Punkt und übersehen das ganze helle Umfeld. Und das finde ich eine sehr sprechende Geschichte oder eine sehr sprechende Übung, die verdeutlicht, unser Fokus ist auf das Negative ausgerichtet. Und es bedarf einer bewussten Gedankenkultur, um auch das Positive zu sehen. Denn das ermöglicht auch, dass unsere Zuversicht gestärkt wird, auf ein besseres Morgen zu hoffen und entsprechend heute zu leben. Aber wenn wir über Zuversicht reden und wir sind an dem Punkt, die Zuversicht ist ja in der Ferne. Wir haben die Hoffnung, dass es besser wird. Oder ich leiste etwas oder ich denke mir, ich kann das besser machen. Was mache ich mit der persönlichen Unsicherheit? Und ja, schaffe ich das? Wird das gelingen? Ach nein, das wird nicht gelingen. Das schaffe ich nicht. Also dieses Verzagte, dieses Zögern. Was mache ich damit? Es willkommen heißen. Das klingt so leicht. Ja, natürlich. Es ist total ätzend. Wer mag schon eine innere Unsicherheit spüren. Aber es ist nicht hilfreich, die Unsicherheit oder den Zweifel zu verdrängen. Sondern, und das finde ich, ist ja auch, drückt sich so in dieser Redewendung von Hoffen und Bangen aus. Zur Zuversicht gehört auch immer wieder ein leichtes Zögern, ein Zweifeln, eine Unsicherheit. Darin unterscheidet sie sich ja auch vom naiven Optimismus. Die Zuversicht nimmt die Probleme in Blick, aber lässt sich von ihnen nicht lähmen. Und sie entsteht ja gerade dort, wo so ein breitbeiniger Optimismus ins Stolpern gerät, weil man eben auf einmal auch entdeckt, ja, das, was ich da erhoffe, es ist in keiner Weise selbstverständlich, dass das geschehen wird oder dass ich das erreiche. Ich habe die gute Hoffnung, es kann möglich oder es ist möglich, aber ob es sich wirklich ereignet, das ist nicht allein in meiner Hand und ich bin mir dessen nicht sicher. Und deswegen gehört zur Zuversicht eben immer auch eine Unsicherheit oder auch Angst und Zweifel. In deinem Buch zitierst du Ernst Bloch mit dem Zitat, es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Kann man hoffen lernen? Ja, das ist ja meine Grundüberzeugung des Buches, dass Zuversicht und Hoffnung nicht einfach irgendwie eine Glückssache sind, weil das Leben es so gut mit einem meint oder weil man entsprechende Gene hat oder so, sondern Hoffnung und Zuversicht, das ist eine innere Haltung, die sich einüben lässt. Man hat nicht einfach Zuversicht oder hat sie nicht, sondern eine Haltung, die ich einüben kann, eine Fähigkeit in meinem Menschsein, die ich immer wieder neu freilegen und stärken kann. Hoffen und Zuversicht lässt sich einüben, stärken und freilegen. Es gibt einen komplizierten Satz in deinem Buch, aber wenn man darüber nachdenkt, ist der sehr gehaltvoll. Dieser Satz heißt, Hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein. Hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein. Bleiben wir erstmal beim Erinnern. Wie wichtig ist es, um meine Zuversicht zu stärken, mich zu erinnern? Ganz, ganz wichtig. Was erinnere ich? Was erinnere ich denn? Was kann ich erinnern, was meine Zuversicht stärkt? Also ich möchte einfach ein Beispiel aus meiner Beratungstätigkeit bringen. Da war eine Frau, die so ja schon auch noch mit bebender Stimme erzählt hat von den zurückliegenden Jahren, die sie echt an die Grenze der Überforderung gebracht haben. Hausbau, zweites Kind, berufliche Herausforderung, die Mutter, die krank wurde. Und wo sie manchmal echt dachte, ich pack das alles nicht mehr. Und sie und ihr Mann sind da aber gemeinsam durchgegangen und ja, sind sozusagen bei dem berühmten Licht am Ende des Tunnels angelangt und sind durch die Krise hindurchgegangen. Und nun schaut sie darauf zurück, erzählt schon noch mit einem leichten Schaudern, aber auch mit einer großen Dankbarkeit. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns bringt eine ganz große Kompetenz und ein Erfahrungsschatz mit, wie wir mit schweren Situationen umgehen können, weil wir alle durch schwere Situationen gegangen sind und eben nicht vor die Hunde gegangen sind. Wir reden miteinander. Die Menschen, die uns zuhören, hören und sind nicht einfach daran zerbrochen. Und es ist so hilfreich und wichtig, sich an solche Erfahrungen, wo ich durch Krisen hindurchgegangen bin, zu erinnern, aus drei Gründen. Nämlich zum einen, wenn ich mich daran erinnere, ja, das war damals eine schwere Situation, mit der bin ich klargekommen, stärke ich durch die Erinnerung mein Vertrauen in mich und meine Fähigkeit, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Zweitens kommen mir vielleicht bestimmte Haltungen, Kräfte, Problemlösungen in Erinnerungen, die mir damals geholfen haben, die mir heute auch eine Unterstützung sein können, um mit dieser Krise umzugehen. Und drittens ist es so hilfreich, sich an bestandene Krisen zu erinnern, weil ich da ganz unmerklich so die Perspektive wechsle. Also so in Krisenzeiten ist man ja manchmal auch, und das ist ja ganz naheliegend und verständlich, dass man da eben so eben das Gefühl der Ohnmacht so stark spürt und sich vielleicht als armes Haschall fühlt und auf das Problem starrt. Und wenn ich mich an bestandene Krisen erinnere, wechsle ich die Perspektive, entwickle den Sinn für Alternativen und ich begrenze mein Ohnmachtsgefühl, komme wieder in Kontakt mit meiner Lebenskraft. Und deswegen ist, wie hieß der Satz, den du von mir zitiert hast? Hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein. Genau. Hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein. Wenn ich eine gute Erinnerungskultur pflege, stärke ich Hoffnung und Zuversicht. Du hast was von Perspektivwechsel gerade erzählt und gesprochen. Dann ist ja die Haltung, die man oft hat, wenn man in einer Krise steckt, warum ist das so? Also ich beschäftige mich mit dem Warum, was wird mir angetan, was wurde mir angetan? Warum ist das so? Ist das sinnvoll, diese Warum-Frage zu klären, wenn man Zuversicht stärken möchte? Also sicher ist die Suche nach Ursachen, warum ich in der Krise stecke, sehr sinnvoll. Also die Warum-Frage zu stellen, ist sinnvoll und wichtig. Es ist aber mindestens genauso wichtig und sinnvoll, bei dieser Frage nicht stehen zu bleiben, sondern, da greife ich in meinem Buch über die Zuversicht den Psychotherapeuten Viktor Frankl auf, die Frage zu verwandeln vom Warum hin zum Wozu. Was ist damit gemeint? Viktor Frankl ist wahrscheinlich vielen bekannt, ein Psychotherapeut, der als Jude im KZ im Dritten Reich gewesen ist und der ein Büchlein im Nachhinein geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und für ihn war so das entscheidende Moment, das ihn überleben ließ, so dass er ein Wozu hatte, warum er überleben wollte. Also er sah einen Sinn, der ihm die Kraft gegeben hat, das Unmenschliche zu überleben. Das wird für ihn Systembild in seiner Therapie, in seinem Therapieansatz der Existenzanalyse und Logotherapie, dass er die Sinnfrage stellt, weg vom Warum hin zum Wozu. Und das kann in Krisen ganz konkret bedeuten, also Viktor Frankl schreibt davon, von der kopernikanischen Wende, es ist wichtig wegzukommen von dem, dass ich dem Leben Fragen stelle und mich entdecke als jemand, die vom Leben angesprochen ist und wo es gilt, Antwort zu geben. Also wenn ich in einer Krise stecke, gelingt es mir, irgendwann zu den Fragen zu kommen wie, wozu kann dieser ganze Mist gut sein? Kann er möglicherweise für etwas gut sein? Was werden die Menschen in meinem Umfeld davon haben, wenn ich dieses Problem annehme und durchlebe und bewältige? Was ist jetzt dran? Wer will ich sein im Umgang mit dieser Situation? Und dieser Blick hin zum Wozu, der bringt die Sinnperspektive in Blick und das ist einer der entscheidenden Faktoren, die in Krisen helfen, Zuversicht zu gewinnen. Wir sind beim Thema Sinn und es gibt ein weiteres Zitat in dem Buch von Wadschlaff Havel. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Also das heißt, die Hoffnung muss auch einen Sinn haben. Das klingt erstmal, finde ich, sehr abstrakt. Kann Hoffnung einen Sinn haben? Oder kannst du das erklären, inwieweit Hoffnung einen Sinn hat für die gegenwärtige Situation? Ich glaube, du hast das Zitat nicht ganz vollständig zitiert. Lies nochmal den Anfang vor, du hast den Schlusssatz nicht ganz vollständig zitiert. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat. Ohne Rücksicht, ja du hast recht, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Genau, und das ist schon ein entscheidender Punkt. Also ich möchte das jetzt mal anhand von zwei Personen verdeutlichen, die sehr bekannt sind. Eine Nelson Mandela, der jahrelang unrechtmäßig inhaftiert gewesen ist in Südafrika aufgrund seines Kampfes gegen die Apartheid und der nicht wusste, ob der Zeit seines Lebens nochmal jemals aus dem Gefängnis herauskommt. Doch er war davon überzeugt, der Kampf gegen die Rassentrennung ist sinnvoll. Egal, ob ich den Erfolg habe, das noch zu sehen oder aus dem Gefängnis herauszukommen. Und diese innere Überzeugung, es ist in sich gut und in sich sinnvoll, dass ich mich gegen die Rassentrennung einsetze, hat ihm geholfen, mit diesen entwürdigen Bedingungen im Gefängnis umzugehen und als ein nicht verbitterter Mensch schließlich aus dem Gefängnis herauszukommen. Ein anderes Beispiel ist Greta Thunberg. Als die sich vor ein paar Jahren als junges Mädel mit dem Pappschild vor das schwedische Parlament gesetzt hat, da hat sie es einfach getan, weil sie davon überzeugt war, es ist wichtig, dass ich mich einsetze an meinem Ort und auf die Klimakatastrophe aufmerksam mache. Die hatte doch nie im Blick, dass sich da eine große Bewegung heraus ableitet. Sondern, sie wurde auch mal gefragt in einem Fernsehinterview, woher hat sie die Kraft? Ja, es war mir einfach wichtig, das zu tun, was ich tun kann, um der Klimakatastrophe entgegenzutreten. Und diese Überzeugung, etwas zu tun, was in sich sinnvoll ist, das gibt die Kraft, eben auch zuversichtlich zu handeln oder sich für eine bessere Zukunft, ein besseres Morgen einzusetzen. Das setzt aber voraus, dass man handeln kann. Ich denke jetzt mal an die Menschen, die nicht handeln können, die zum Beispiel in einer Situation des Leid sind, einer schweren Krankheit, die werden uns hier zuhören und sagen, ich kann nicht handeln. Ich bin eigentlich dieser Dunkelheit ausgeliefert. Wie kann ich denn Licht finden, sprich Zuversicht? Oder, Melanie, gibt es Situationen, wo du sagen würdest, gut, da gibt es halt keine Zuversicht? Ich glaube, dass es immer wieder im Leben eines jeden Menschen Momente, Zeiten, vielleicht auch Phasen gibt, wo ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe. Das ist ja gerade auch ein Element einer Krise, dass ich irgendwann dann wirklich im Dunkeln stecke und mich nicht mehr auskenne und kein Licht am Ende des Tunnels sehe. Das macht darauf aufmerksam, dass Zuversicht nicht einfach eine Willenssache ist oder ich kann nicht in mir einen Hebel umstellen und sagen, jetzt bin ich zuversichtlich, sondern Zuversicht ist ein langer Prozess. Und es gehört, denke ich, und das entfalte ich in meinem Buch dann auch so im Blick auf fünf Phasen, um überhaupt zu einer Zuversicht zu kommen. Das heißt, die Probleme wirklich an mich heranzulassen und trotzdem Lösungsansätze zu entdecken, gilt es erst mal im Schlamassel wirklich anzukommen. In dem, dass ich mich gerade richtig mies und elend und ohnmächtig fühle. Und in diesen Zeiten und Phasen gibt es kein Licht. So ist es. Zugleich ist die Frage, möchte ich, und deswegen, wenn man sagt, ich möchte lernen, ein zuversichtliches Leben zu führen, steht immer auch die Entscheidung, am Anfang eines jeden Lernen steht die Entscheidung, ja, ich möchte lernen. Ich möchte neue Sprache lernen, ich möchte ein Instrument lernen, ich möchte zuversichtlich Leben lernen. Und wenn ich sage, ich möchte meine Fähigkeit zur Zuversicht stärken und ausbauen, steht die Entscheidung immer wieder neu an. Ja, und wenn ich mit schweren Situationen konfrontiert bin, dann möchte ich mich dieser Situation stellen und lernen, mit ihr zuversichtlich umzugehen oder ihr zuversichtlich zu begegnen. Und dazu hilft vieles. Da hilft eben zum Beispiel, wie schaue ich auf die Wirklichkeit, die Geschichte vom schwarzen Punkt. Da hilft zu fragen, gibt es irgendwie einen Sinn in dieser, oder kann diese Situation für was gut sein? Da hilft es, Beziehungen zu pflegen, weil Beziehungen ein wesentliches Element sind, die unsere Zuversicht stärken. Da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Ich würde noch gerne mal bei dem Wort Prozess einhaken. Wenn wir über Zuversicht reden im Alltag, dann ist das ja so eine situative Beschreibung. Also, ich glaube, ich bin zuversichtlich oder sei doch mal zuversichtlich. Aber du hast eben gesagt, Zuversicht ist ein Prozess. Das heißt, es ist nicht einfach ein Moment der Hoffnung, sondern es ist, wie soll ich das sagen, ja, man muss daran arbeiten? Muss man an Zuversicht arbeiten? Ist das ein Prozess von Arbeit? Also, wenn man in der Krise steckt, ja. Also, natürlich, glaube ich, gibt es hoffentlich auch im Leben eines jeden Menschen immer wieder Momente, wo man einfach voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft schaut. Also, ich glaube zum Beispiel, jemand, der frisch verliebt ist, der ist voll Zuversicht. Weil das Leben einfach ganz viel... Ist zu hoffen, ja. Ja, weil das Leben einfach, wenn man verliebt ist, da verspricht das Leben einem einfach ganz viel. Da ist man in Resonanz, in Beziehung. Also, ich denke, es gibt immer wieder Erfahrungen, Momente, wo wir uns einfach zuversichtlich fühlen. Und das sind dann natürlich eben wirklich auch Momente oder auch Zeiten. Aber wenn ich in einer Krise stecke, gerade dann ist ja Zuversicht besonders wichtig. Und da stellt sich das zuversichtliche Gefühl nicht einfach von selbst ein, sondern dann wird deutlich, Zuversicht ist eine innere Haltung, wie ich auf die Situation schaue, wie ich mich dem Schlamassel und meinen dunklen Gefühlen und auch der Angst und Ohnmacht stelle. Und ob es mir gelingt, einen Perspektivenwechsel einzunehmen und sich da dann einfach auch... Ich fähig werde, positive Zukunftsvorstellungen zu entwickeln. Und das ist etwas, an dem wir üben können, wo es gilt, ja, sich auch auf einen Prozess einzulassen. Noch einmal, Zuversicht lässt sich nicht mit einem Hebel oder wenn ich traurig bin, kann ich nicht wie beim Fernsehprogramm einen Knopf drücken und dann bin ich im zuversichtlichen Programm. Sondern das ist ein Prozess. Unsere Seele braucht Zeit, Dinge zu verarbeiten. Dein Buch hat den Titel Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Kraft muss ja immer wieder genährt werden. Du hast das eben schon mal, glaube ich, angesprochen, dass eine Kraft ist, nämlich die Beziehungen mit Menschen. Was sind denn die Kraftquellen für die Zuversicht? Gibt es sowas? Gibt es sowas wie Kraftquellen? Ja. Über eine haben wir bereits, zwei haben wir bereits gesprochen. Die Erinnerung ist eine Kraftquelle für Zuversicht. Über eine zweite haben wir gesprochen, über den Sinn. Wenn ich in einer Situation irgendwie ahne, dass ich stimmig unterwegs bin. Ich habe Nelson Mandela und Greta Thunberg erwähnt. Ein dritter Punkt, das sind Beziehungen. Das ist ganz interessant. Es gibt eine Forschungsgruppe in der Schweiz, um Andreas Kraft herum, die befragen seit elf Jahren Zehntausende von Menschen jedes Jahr, was sind für sie die wichtigsten Quellen von Hoffnung und Zuversicht. Und über die elf Jahre hinweg wurde, es gibt ein Ranking von zehn Quellen. Und an erster Stelle wurde immer genannt, Partnerschaft, Familie, Freunde, tragfähige Beziehungen. Und an zweiter Stelle wurde immer genannt, die Natur. Das Unterwegssein, das Sein in der Natur, wo, ja, denke ich, wo wir mit allen Sinnen in der Natur sind, spürbar wird, was Leben heißt. Weil wir eben da, wir kommen aus der Natur und wir sind ein Teil der Natur. Und wenn wir uns mit der Natur in Verbundenheit fühlen, dann spüren wir, was es heißt, lebendig zu sein. Und auch das weckt eben wieder Zuversicht. Wenn du von dem Ranking sprichst, gibt es in dem Ranking auch das Wort Glaube? Ja. Glaube ist eine Quelle für Zuversicht? Ja, ich weiß jetzt, mhm. Ja, also ich muss dich das fragen, weil du Christin bist. Und ich frage natürlich schon, ob Menschen, die mit Glaube etwas anfangen können, so formuliere ich es mal, ob diese Menschen zuversichtlicher sind oder es einfacher haben mit der Zuversicht. Also jetzt erst mal auf der allgemeinen Ebene, weil du ja auch vom Ranking daher gesprochen hast. Ja. Da gibt es sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass in Krisensituationen wie auch vielleicht einer schweren oder chronischen Erkrankung oder in Faustendiagnose oder einfach in anderen Zeiten, wo einem wirklich Schweres ereilt, nicht so sehr stärken kann wie Glaube, wie eine gelebte Spiritualität, die mich noch mal erahnen lässt. Ich bin irgendwie, gehöre zu einer unsichtbaren Ordnung, deren Mitte nicht ich selbst bin. Und mit dieser Mitte, mit diesem Urgrund des Seins in Verbindung zu sein, stiftet Zuversicht und Sinn. Da gibt es ganz viele Studien. Und das erleben einfach auch, du hast gesagt, ich bin Christin, wenn ich aus meiner spirituellen Tradition des Christlichen herkomme, ja, so erlebe ich es. Und so erleben es auch viele Menschen, dass der Glaube daran noch mal im Letzten gehalten und getragen zu sein, eine tiefe Quelle von Hoffnung und Zuversicht ist. Es gibt nicht, dass ich nicht durch dunkle Tunnel gehen muss, aber die Hoffnung darauf, dass mein endliches Leben mit seiner Schönheit und seinem Schrecken im Unendlichen geborgen ist. Und nichts anderes meint die Rede von, die biblische Rede von der Hoffnung auf Auferstehung oder Leben in Gott. Also diese Hoffnung, dass mein endliches Leben mit seiner Schönheit und seinem Schrecken im Unendlichen geborgen ist, das gibt mir ein Licht, das mir hilft, mich der Dunkelheit zu stellen, mich meiner Angst zu stellen und hindurch zu gehen. Ja, das klingt sehr, sehr schön. Aber nun werden einige fragen, ich bin nicht gläubig. Haben die es trotzdem so gut? Ich glaube, dass jeder Mensch spirituell begabt ist. Und ob jemand sich jetzt als gläubig versteht, im Sinne von, ich glaube, an eine göttliche Wirklichkeit oder sich da eher agnostisch begreift. Aber ich glaube, im Leben eines jeden Menschen gibt es so Momente, in denen vielleicht was aufleuchtet von der, was weiß ich, bei der Geburt eines Kindes. Oder wenn man einfach fasziniert ist von einer schönen Musik, die einem ganz zu Herzen geht, dann gibt es so Ahnung von, ja, und das ist Leben in seiner Tiefe, so ein tiefes Ja und eine Übereinstimmung, es ist gut im Letzten. Und diese Momente, glaube ich, blitzen im Leben eines jeden Menschen auf. Der Unterschied vielleicht zwischen spirituellen Menschen und nicht spirituellen Menschen ist, dass sich spirituelle Menschen daran orientieren und sich im Alltag, wo diese Erfahrungen eher weit weg sind, sich diese immer wieder in Erinnerung rufen und versuchen, daran zu orientieren. Und das, denke ich, ist so die Einladung wirklich auch an jeden Menschen, auf Spurensuche zu gehen, wo ahne ich etwas von diesem, wie hat das ein sterbender Student, den ich begleitet habe, gesagt, es ist eigentlich unpackbar, dass ich hier und jetzt lebe. Mein Dasein ist in all seiner Begrenztheit doch unpackbar dieses Geschenk. Und wenn das aufleuchtet, kann das Zuversicht schenken. Melanie, jetzt muss ich dich ein bisschen überraschen oder kalt abholen, denn ich weiß inzwischen nach vielen Podcasts mit dir, dass du Gedichte erstens liebst und zweitens sogar zitieren kannst und dir zu manchen Themen, die wir besprechen, auch immer ein Gedicht einfällt. Ich überrasche dich jetzt mal ein bisschen. Gibt es ein Gedicht, was dir einfällt zum Thema Zuversicht, was du jetzt auch zitieren kannst? Ja, sofort, das ist eines meiner Lieblingsgedichte von Hilde Dumin, das ich auch oft zitiere, auch in Kursen. Ganz kurz ist es. Ich spreche zweimal, weil, wie gesagt, ich finde ja immer, dass, wenn man es zweimal sagt, man es ein Stückchen anfanghaft versteht. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Mit diesem Bild würde ich gerne Tschüss sagen, und zwar ganz leise. Tschüss Melanie. Tschüss Andreas. Wenn ihr über all das, worüber wir gesprochen haben, mehr lesen, mehr erfahren wollt, so könnt ihr das in dem Buch Zuversicht, die Kraft, die an ein Morgen glaubt und ist erschienen im Bene Verlag. So, das war es fast für heute, doch nicht ganz, denn wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch über Kritik, Lob und geklickte Sternchen. Und wir fragen euch, was beschäftigt euch, was liegt euch auf der Seele, über welche Themen sollten wir mal reden, dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de also podcast.melaniewolfers.de und weitere Informationen findet ihr natürlich auch zu allen Büchern auf der Website melaniewolfers.de Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann heißt es wieder ganz schön mutig, bis dahin, macht es gut, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.